Säli Zäme, das ist der Meier-Doppler-E-Shop Viele von den Leuten, die ihn nicht kennen, sagen, sie sind geschraubt Artikel kannst du nicht nur in der Suche finden, ihre Produkte-Kategorie, sie sind alle drin Stell sie doch über das Katalogportal, da bist du sofort schlau, auf das Mal ist es sofort geschnallt Du hast zu viel bestellt, musst nochmal über die Tür Du kannst in den Belegen deine Bestellungen überprüfen Im eShop ist der Weg nicht schwer, da findest du ihr Konto aus Zukunft, offene Rechnungen Kundenprojekte kannst du selber erstellen, eröffnen und dein Warenkorb auf die Lieferadresse bestellen Der Liefer-Service ist auch ganz genial, er liefert in der 2 Stunden zur Bau, stell dir das Material Ich bin noch zur Verbotage, kannst du dir nicht mit Arbeiter hinzufügen und Derechtigungen erteilen Ziemlich geil, he? Und willst du das alles selber in die Hände nehmen, dann kannst du das Produkt als Etikettnes gönnen Und wenn du jetzt noch nicht drauskommst, dann kannst du dich melden und mir helfen Bist mit dem Buch nicht so weit gekommen, bestell sie im eShop Egal ob Hane oder Siphon, bestell sie im eShop Bist mit dem Buch nicht so weit gekommen, bestell sie im eShop Egal ob Hane oder Siphon, bestell sie im eShop Im eShop, im eShop, im eShop, im eShop, im eShop Ja.